wir sind der höhle des feen heißen denn noch mal in sucher feenforscher glaube ich glaube feenforscher heißt der nette mann wir gucken uns mal ein bisschen was an hier die hose zum beispiel was haben wir denn noch mal in unserem inventar ist ja schon ein bisschen her dass wir das gespielt hatten wir können sachen reparieren und natürlich kaputt machen wir haben ein messer der zeichnung verschiedene gläser ich würde sagen hier drin ist eine spinne hier sieht man auch das bein was sich immer bewegt die feuerstelle zwei köpfe wir gucken uns mal der forscher scheint seit tagen nicht hier gewesen zu sein das für ein unhöflicher typ nur noch kohlen und asche hat er sich gerade kohle mitgenommen ja mensch warum nicht ne so wie wir in der letzten aufnahme und stream session auch gesehen hatten muss man hier echt alles penibel durchgucken kann man hier nische da kann man zum beispiel anschein hingehen also hier gibt es so ganz ganz kleine sachen manchmal wie man beachten muss weil selbst wenn hier ist die nische ist kann hier schon wieder was anderes sein da muss man echt gucken so da kann man durch hier haben wir die schade der kerze wurde offenbar die kleine grotte beleuchtet mit der kleinen die kerze ist völlig runtergebrannt aber die heil machen mach sie doch mal heil kannst du die kerze wieder ganz machen wir brauchen licht wo ist denn der rest davon geschmolzen warum verwendet ihr auch keine regenbogen kristalle was kannst du die kerze wieder ganz machen wir brauchen licht wo ist denn der rest davon geschmolzen also kann sie das gar nicht warum verwendet ihr auch keine regenbogen kristalle na gut dann ist das so schade hätte sein können dass das klappt so eine zeichnung da sind statuen mit schwertern abgebildet vielleicht ein kunstwerk was soll das darstellen dreh doch mal um auf der rückseite ist nichts nein ich meine andersrum wie andersrum ach du verstehst überhaupt nichts von kunst aber auch ja auch gut ich würde die ganz gerne sein da sind statuen mit schwertern abgebildet vielleicht ein kunstwerk okay er hat es einfach mitgenommen anstatt es einmal umzudrehen wir haben sie auf unverständliche symbole gekrakel damit kann ich nichts anfangen das ist das auf dieser hier steht etwas das ich lesen kann ja und was einmal 44 mal 1 6 mal 3 2 mal 4 4 mal 1 2 mal 4 sieht aus wie ein rezept oder sowas na das entweder oder könnte ein rezept sein oder könnte vielleicht sowas wie ein rezept sein unverständliche symbole gekrakel damit kann ich nichts anfangen macht er nicht kaputt dass die spinne frei hier ist sogar ein durch ein grashüpfer das ist einer dieser schmetterlinge vom seeufer sommerlinge oder sommerlinge das macht er in einer vitrine vitrine was wir müssen den sommerling befreien ich komme nicht dran dann machst du halt so du musst ihn befreien musst du immer gleich alles zerbrechen du wolltest dass ich ihn befreie aber nicht so dinge dürfen nicht kaputt sein ist doch nur ein glas ja nur ein glas und irgendwann bricht alles auseinander und alles wird dunkel und grau was macht das doch wieder heil das glas dann mach es doch wieder ganz das ist das letzte mal dass ich das für dich mache das hast du vorgestern auch schon gesagt der feenforscher muss uns helfen sonst weiß ich auch nicht weiter nur ok wir können sie nichts fragen ich schaue mich mal weiter um erkennst du was dort ist nein du nein du musst es herausfinden ja da gehe ich nicht rein am ende trete ich auf ein dorf von winzlingen das könnte natürlich passieren das ist doch keine vase sieh mal ich habe mir das gedacht weil das viel glänzt ja so extrem was haben wir denn hier reden ja aber was haben die zu bedeuten ähm warte was kann das hiermit irgendwas aussichern nee was denn hier ihr mal eins oder zwei mal vier nicht so aus haben wir denn hier alles vielleicht nein so wird das nichts ich glaube wenn du zwei fäden kreuz zeigt ihr schatten einen ort auf der karte also immer nur zwei fäden okay dann nehmen wir die mal ab mit denen hier würde ich sagen probieren wir es aus und 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 dann ja nicht natürlich nicht ja 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 okay er zieht den dann aber auch immer nur hier hin verdammt ich weiß einfach nicht wonach ich suchen soll okay was soll das sein da sind statuen mit schwertern abgebildet vielleicht ein kunstwerk okay schnitzen lässt sich da als kind habe ich manchmal mit kohle gezeichnet kannst du mich zeichnen dreidimensional dreidimensional ich weiß ja nicht mal was das ist deiner 2d welt schnitzen lässt sich daraus nichts mehr dann hätte das sein können denk nicht mal dran schon gut dieser zwei aber wen achso da brennt nichts mehr alles schon verkohlt dann hätte das sein können dann wir gucken uns das nochmal an wir brauchen ja zwei ne glaub ich was das hier ist vier und eins zwei und vier ich habe leider nichts wo ich mir jetzt gerade was aufschreiben kann aber ich versuche mir das mit so eins und vier vier und eins eins vier vier ein das wird dasselbe sein ne ähm ich war jetzt nicht dass ich wollte warte mal eins und vier ja nimm mir mal den hier vier und eins das wird dasselbe sein ne Ah, ne. Quatsch, eins. Und vier. Vier und eins. Warum glaubst du das? Okay, was haben wir dann? Sechs, drei, zwei und vier. Also ich schätze mal, wenn, dann hier. Komm, wir machen mal sechs, drei und zwei und vier. Sechs, drei. Zwei und vier. Okay. Sechs, drei und zwei und vier, ne. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Und woher willst du das wissen? Hier, eins, zwei, vier. Oh Gott, was war das andere jetzt? Habe ich vergessen. Zwei, vier. Genau. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Na, ich habe mir das schon fast gedacht. Okay, das war also eine Weltkarte. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Ja, besser ist. So, ist hier noch irgendwas? Da könnten wir nochmal durch. Nein, die Orks sind da. Okay. Ich dachte, er geht jetzt einfach raus und man könnte was Nettes sehen. Reden wir nochmal mit Nuri. Nuri. Kann ich überhaupt mit dir gerade reden? Oh, Nuris Lichtzauber. Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Ich schaue mich mal weiter um. Was denn? Gut, hier ist so eine Tropfsteinhöhle. Also hier mal Wasser runtergetropft. Hier ist Unterwäsche. Irgendwelche Laken. Welche Flaschen. Nuri. Aber ich glaube, das war es dann auch, was man hier machen kann. Wo ist eigentlich unser Rabenfreund? Gehen wir mal da durch. Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts. Dann geradeaus. Dann einmal links. Nein, zweimal links. Dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, links, rechts, geradeaus. Hm. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Ja, dann machen wir das. Etwas klein, um den ganzen Weg drauf zu zeichnen. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Giron, versprech mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Oh, sei nicht so, sei nicht so töricht. Rechts, geradeaus, zweimal links, dreimal geradeaus. Geh, rechts und geradeaus erst mal. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Das ist schon der Feenforscher. Ach so. Musste da gar nicht selber lang gehen, oder was? Interessant. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Verrindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen. Glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Hm. Hm. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphen noch Triade. Hm. Hm. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte. Mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Äh, hallo? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Ich glaube, ich habe es verstanden, Junge. Rettet euch! Rettet euch! Rettet euch! Kaputt gemacht, Nuri. Oh, nein. Ihre Haltung. Das hat Spaß gemacht. Zu weit weg. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Hm. Ist das so? Nuri? Andrian Vella, Mürina Matesta, Eleananatti. Geroneo Andrian Vella. Was, der dreht sich durch, oder was? Was hat sie gesagt? Das hat sie bestimmt nicht gesagt. Das glaube ich nämlich nicht. Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Geron. Saliarvi Uribella Matesta. Reh. Wie sie guckt. Was ist denn mit ihr? Die grinst so komisch. Hm. Hm. Na denn. Was haben wir denn hier? Teil des Maßstabs. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Kann ich hier? Was soll ich da schneiden? Der hätte ja sein können. Arm der Ritterstatue. Der Arm der Feenritterstatue. Nimm mit. Und stemm. Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Rucksack. Wie soll ich da rankommen? Ah, nennen wir den Arm. Zu kurz. Ah, okay. Hätte ja sein können. Das kann ich nicht schneiden. Der Brocken ist viel zu schwer. Ja, nimm doch die Hand. Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Okay, macht er nicht. Nur dann. Yokomo Nauta. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Redet doch nicht mit mir. Wir müssen Nuri retten. Ja. Wie viele Schritte mögen das sein? Nein. Ich springe auf keinen Fall. Warum denn nicht? Du willst sie doch retten, oder? Oder? So, was haben wir denn noch? Eine Zeichnung. Wir haben das Messer und einen Wasserschlauch. Können wir denn machen? Da hilft kein Funken. Ich verbrenne mich nur. Ah, Junge. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Nuri, könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Einfach so? Äh. Äh. Warum ist sie so fertig? Wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. Sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Okay, ein Widerhaken. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Na, guck an. Und schon. Ein verlängter Arm. Ich glaube, er hat, äh, Corona. Oh, dann ertrinkt was, ey. Vielleicht geht das ja. Hier, nehmt einen Schluck. War das zu staubig, alter Mann? Oh, schwarzes Geschick. Das Feenkunstwerk. Ja, tausende. Hinfort in einem Augenblick. Ja. Laufen. Wir müssen Nuri retten. Sie ist von uns abgeschnitten. Und scheint unter Schock zu stehen. Wundert mich das? Sie muss dir unbedingt die Feenkristalle anfassen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Na gut. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Ist das so? Er fliegt davon. Fähische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Dankeschön. So, wie können wir die denn am besten... Nicht sehr schlau. Okay. Ach nein. Hm. Hm? Nein. Ah, warte. Kann ich den... Zu kurz. Ah, schade. Hm. Warum ist immer alles unerreichbar? Nuri? Weil es Spaß macht. Verdammt. Verdammt. Euer Stab ist zerbrochen. Ah. Ich brauche die andere Hälfte. Jetzt geht's, oder was? Wo hat er den gerade hergeholt? Wo hat er den Stab eben gerade hergeholt? Und warum hat er so gestöhnt? Und wo ist die andere Hälfte jetzt? Ich brauche die andere Hälfte. Warum sollte ich? Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wo ist denn jetzt die andere Hälfte? Er hat die doch hier. Ich glaube nicht. Schon kaputt. Hm. Probieren wir das mal. Zu kurz. Ja, aber wo ist denn jetzt der andere Maßstab hin? Unsinn. Und versuchen wir den mal kaputt zu machen? Ach was. Oh, geht auch nicht. Hm, hm, hm. Das werfe ich da nicht runter. Wo ist denn der Maßstab hin? Wir sollten uns vielleicht draußen weiter unterhalten. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Ja, aber wo ist die andere Hälfte denn? Ich brauche die andere Hälfte. Unwahrscheinlich. Was soll ich da schneiden? Da hilft kein Funken. Der Stab passt genau in das... Er macht das doch kaputt. Ach was. Wozu? 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 Ist bereits in zwei. Nicht sehr... Unwahrscheinlich. Natürlich. Hm. Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Ja, aber erst mal muss ich die Zeichnung darüber kriegen. Wollen wir probieren es nochmal? Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Und schau. Komm Junge, es wird Zeit, dass wir aufbrechen.